For the optimistic cynic Shit Ho got a hell of a grip It's never a problem Hello Leute Hey With GimpGrabby Hello To einer neuen Folge Trashy Games Free2Play Games Und heute spielen wir Poetheon Arena Und ein tolles Spiel Ja Und meine Maus packt in dem Spiel Dieses Spiel kann man lokal spielen Online spielen, das Tutorial kann man spielen Options kann man machen und quit Meine Maus zieht richtig hart nach Also Wir spielen jetzt online Und das ist der Bild vom 10.12.2015 2.23 Ja Und hier kann man so einen Skin einstellen Oh Player Setup Da hingen Schon würde ich nicht So Und jetzt joinen wir Einem Surfer Ich hab grad eben schon mal geschaut hier Sevenception Server Der ist sogar in Germany gehostet Äh Sevenception, wo ist der? Schauen wir mal nach Germany Das ist der zweite Germany Server Germany, ach da Hast du gefunden? Ja Gefunden Dann gehen wir da drauf Eine tolle Musik Tolle Musik Tolle Musik Wundervoll Oh lol Jetzt hab ich Black Screen Alles klar Ich bin im Spiel Oh Gott ich weiß die ganzen Tasten Kombos nicht mehr Gut dass ich mit Controller spiele Funktioniert nicht, warum funktioniert mein Controller nicht? Hilfe Ach jetzt geht Controller Warum treff ich die denn nicht? Treff die scheiß Bots nicht Ich hab jetzt hier alles auf was hier ist Da kann man nämlich ganz viele verschiedene Waffen aufheben wie ihr seht Aber Ich hab einen gekillt Oh ja Öft bei dir Jetzt seh ich mich nicht mal mehr Ach das bin ich Leih Alles klar Wir machen zum Glück alle gar keinen Schaden und so Leih Leih Deine Bot hat mich einfach gekillt Ach nee ich hab ihn gekillt Was ist das denn? Ich hab ein Stein Nein Aber Ich hab mich nicht getroffen Die Bots greifen mich alle nicht an das finde ich von nett von denen Der war mit Tektik der Typ mich denn nicht? Ich hab noch 13 live Ne ich hab noch mehr Alles klar ich hab voll viel Waffen Ich spiel ganz mega passiv Kann es sein dass der so ein bisschen Hyping hat? Ja hab ich mir auch schon gedacht Weil alles Weil ihr Pfeil und Bogen geht gar nicht Pfeil und Bogen dauert ewig bis du abschießt Hey ich hab disconnected Ja du bist aber schon wieder connected bei mir Ich weiß Aber holy shit LoL Disconnected Connecting Alles klar Dieser Pfeil ist ja auch schon wenn man disconnected ist Ja Ich glaube wir sollten uns einen anderen Server suchen Meinst du? Ja Vielleicht nicht mehr drauf kommen Disconnected Connecting Ich glaub da waren so viele Spiele drauf Na gut dann gehen wir jetzt Ja ich möchte dieses Spiel jetzt gerade quitten So dann gehen wir jetzt auf einen anderen Server Und dann joinen wir nämlich Ich weiß Es gibt keinen deutschen mehr Dann machen wir einen neuen Okay Boston Und zwar spielen wir auf einer kleinen Map Schaut relativ klein aus Dann spielen wir den Modus Deadmarch Mit drei Boots Und einem Spielerlimit von zwei Die Boot Difficulty machen wir mal auf Medium Okay Dann starten wir Nein ich zähl ich hier Rosys Server oder eben nicht Also jetzt dürfte der Server eigentlich da sein Germani Rosys Server Join Server is full Server is full Alles klar Der komische Bot greift mich an Geht halt echt Das Server ist full Jetzt wirst du mir nicht mal mehr in der Liste angezeigt Alles klar Machen zum Glück habe ich gar kein Schaden Ah jetzt bin ich auf einem anderen Server Alles klar Das Spiel ist nicht klar Ich verliere schon gegen die Bots Oh nein Join The Rosys Server Ah jetzt bin ich da Oh geil ich hab nen Bot gekillt Bin nicht gut Was macht meine Figur denn Alles klar Alles klar ich hab 7 HP Alles klar mich hat die Map gekillt Also Kannst du mich mal killen oder so Ich kann hier nur rumstehen Wo bist du denn Ah ho es geht Ich feite gerade gegen Acacius Bot Ah ja diese Dinger machen so viel Schaden Oh cool das ist ein Stein Der tief zerstört mich Ich erfe jetzt mit nem Stein rum Alles klar Neu Das Windows Sound Alles klar Was ist denn mit dem Windows Sound Oh geil hab ich schon wieder einen gemacht Hallo ich bin hinter dir Ich weiß Au Ich hab der Bot gekillt Ich nicht ich hab ein Falls ihr das Spiel ähm Äh äh ähm Wie heißt du jetzt schnell nochmal Ähm Oh Gravy heißt das scheiß Spiel jetzt Apotheon Arena Nein Nicht das Spiel sondern das Spiel was so ähnlich ist Äh Die ersten Diversion die kostet Nein Achso äh 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 Nitor kennt Das ist so ähnlich Also find ich zumindest Ist ne gute kostenlose Alternative dazu Ja Und man kann das hier auch gut mit mehr Leuten als nur 4 spielen Nitor geht ja nur zu 4 oder? Ja äh nicht nur zu zweit Ne 4 gehen auch da oder nicht Ich weiß ich nicht Ich auch nicht Ich hab noch nie Nitor gespielt Ja Ah da ist schon wieder so ein scheiß Bot Auch geil ich hab nen Bot gekillt schon wieder Ich finde dich nicht Ich schau mal auf dem Map wo du bist Aua Junge diese komischen Äxte da die da so rumfliegen Fühlt Damage die einfach machen Gravy Ja Weil ich vor allem an dem Spiel feier ist diese geile griechische Mucke Die ist bei mir gerade nicht mehr zu hören Bei mir schon bei mir feiten gerade eben auch 3 Bots gegeneinander Ah die sehe ich Alles klar ich bin tot Die Eugenia hat mich gekillt Wie werfe ich denn stein Ich bin dritter Platz Ich bin fünfter Alles klar Alles klar Jetzt wurde schon wer von so einem Teil gekillt Aua Diese Hammerdinger sind so ein Dreck Oh Gott Akatius An den bin ich jetzt glaube ich schon 3 mal oder so verreckt Ich find keinen Oh Vielleicht musst du dann gleich mal auf die Map schauen Ach komm Das ist ein Stein ich werfe jetzt mit nem Stein Auch ein Stein Oh da hab ich schon wieder einen Ich bin vierter was ist denn das schon wieder Ah ich hab nen Bot gekillt Alles klar die Bots damagen mich nur minimal hart Klar durch Schild durch oder was Alles Habe ich dich? Nee Alles klar Na man ich wollte ich vomischen Steinblock da werfen Alles klar mein Schild blockt das einfach nicht oder was Oh Gott Muss meine Flugrolle machen das ist voll cool Alter diese scheiß Hammerdinger An denen bin ich schon ungefähr 5 mal verreckt Und schon wieder an die Bedingung verreckt Alles klar Junge diese Hammerdinger sind so nervig einfach nur Ja 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 Alles klar Ach geil ist Ich bin dritter Ich bin fünfter Ich bin fünfter Alles klar das wollte der Typ einfach und killt mich Easy Easy Oh Alter ich hab grad eben einen Doppelkill gemacht ohne zu verrecken Und ohne Life zu verlieren Ich bin schon wieder gegen das Ding gerannt Aber ich auch Fast Da kommt Alles klar Der Typ hat einfach in der Ufer Alter die der Menschen halt richtig haben Wenn sie so dritt auf die drauf sind Ich kämpfe dafür die meiste Zeit mit meinem Schwert Weil wo bin ich denn jetzt Ich bin ganz unten in der Map Ich bin ganz unten in der Map Ich bin ganz unten in der Map Lauf bei dir Da war ich auch schon öfter Da war ich noch gar net Bin grad schon wieder fast zereckt 21 AP noch 73 Ich habe eine Vase Alles klar Nein ich hab die Vase zuhauen Aua Kappen Diese scheiß Hammerdinger Ja Ha du hast eugenia gekillt alles weil ich jetzt so keine ahnung wie auch zu viel alter diese drecks hammerdinger da jetzt bin ich dritter meine fresse dieser hammerdinger sind so nervig einfach nur ich schon wieder an dem ding ja ich auch da steht nur noch dran eigentlich ich bin euch heute nicht ich weiß ja doch gerade überhaupt nicht wo irgendjemand ist wenn wir jetzt gerade der akadius mir ist niemand schon ganze zeit rein wild auf der map rum und ich finde einfach niemanden zeit ist alle dabei der alles klar kann ich mir jetzt was selbst alle da diese über sind richtig hart und weh schon wieder von seinem scheiß hammer gekillt ich bin ich denn jetzt da oben gott und stein 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 ich habe den akadius getötet alles klar ja leute ich würde sagen sagen wir haben reicht es dann dürfte jetzt schon wieder über eine viertel stunde sein wirklich denk schon ich weiß das nicht spielst du präger oder vergisst man die zeit da können wir noch mal den grubi alles klar mein mein stein mal wieder alles ab gut leute das war's dann aber jetzt gefallen wenn ja das bleibt da und aber den kanal hat tschüss das war's dann